So, direkt aus Schmalfeld, im Helder Schwimmen wie der Störe, richtig geile Exemplare dabei, also wieder bis 6, 7 Kilo, auf jeden Fall, ein paar kleinere natürlich auch, aber richtig dicke, schöne Exemplare für euch. Das ist Angelsicht Schmalfeld, hier gibt es den Besatz für Nachtangler, wir besetzen ab 3 Nachtangler an allen Anlagen, für euch abends nochmal Welse oder Störe, das was gerade griffbereit ist, am Rosenweiher sogar noch Forelle, aber schaut euch die Dinger an, richtig schöne Wachstegs und die gehen hier täglich rein, morgens und abends, ja, Ketri High.